Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Mittwoch. Ja, heute kommen wir zur 384. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 902. Geschichtsstunde insgesamt. Und bevor es damit losgeht, wieder so ein kurzer Überblick über das, was wir schon so lesen konnten. Ja, als erstes die Nach-Amok-Fahrt von Trier. Haftbefehle wegen Mordes gegen Tatverdächtigen erlassen, dann die Trauerfeier etc. Ja, so wie ich jetzt so mitbekommen habe, er soll ja wohl 1,4 Promille Intus gehabt haben. Und, was ich irgendwo so, gestern Nachricht haben sie es irgendwo gesagt, soll er schon längere Zeit im Auto geschlafen haben. Also in dem Auto, mit dem er da diese Amok-Fahrt gemacht hat. Und das bringt mich zu der Frage, könnte meine Theorie von gestern, meine zweite vielleicht richtig sein? Da wird zwar von psychisch krank und so weiter geredet, aber könnte meine Theorie vielleicht richtig sein, dass das jemand ist, der durch die wunderbare Lockdown-Politik der letzten Monate und Beschränkungspolitik vielleicht alles verloren hat und dann rot gesehen hat. Ja, wir werden es vielleicht nie erfahren, weil wir wissen ja, wenn irgendwas nicht politisch ausgeschlachtet werden kann Richtung Rechtsextremismus und jetzt die Proteste gegen diese Politik, dann wird da nicht mehr so viel drüber geredet. Nur wenn vor einer Synagoge in Halle was passiert, geht das ein Jahr lang, dass man da jede Einzelheit erfährt. Ja, Corona-Pandemie, Österreich verhängt ab 7. Dezember Quarantäne-Pflicht für Einreisende. Ja, Ski-Urlaub ade, weil wer nicht 14 Tage in Quarantäne will, der braucht ja nicht zu fahren. 7. Dezember, 14 Tage in Quarantäne, dann ist schon der 21., bis man da wieder raus darf. Naja gut, okay, man macht halt weiter, obwohl mittlerweile immer deutlicher wird, dass diese ganzen Zahlen, auf denen dieser ganze Lockdown und diese ganzen Lockdowns und Maßnahmen aufgebaut sind, vollkommener Betrug sind, weil dieser Test Leute zu Kranken macht, die keine Kranken sind, nur um große Zahlen zu generieren. Großbritannien lässt Impfstoff von BioNTech und Pfizer zu und dann wollen wir mal schauen, fangt mal schön an, ihr Briten, und impft mal fleißig und dann warten wir mal ab, was die ersten Probleme, wie die ersten Probleme aussehen. Er wird es uns auch wahrscheinlich nicht verraten und wenn dann jemand verstirbt an diesem Impfstoff, weil er vielleicht sogar nicht einmal gewirkt hat und er trotzdem ein Virus bekommen hat, ob das nun Covid-19 ist oder irgendein anderer, werdet ihr ihn wahrscheinlich dann trotzdem noch unter Covid-19-Toten verbuchen, damit eure, eure ganze, ja wie soll ich sagen, eure ganzes Verbrechen, was ihr in diesem Jahr an der Menschheit begangen habt, nicht auffliegt. Ja, schauen wir mal. Mehr als 2.000 Tote in den USA binnen 24 Stunden. Ja, ich denke mal, wir wissen ja, die 100 Zahl, 328 Millionen Menschen leben in den USA. Da fällt natürlich eine Grippewelle genauso hoch oder proportional von absoluten Zahlen höher aus als in Deutschland. Aber wenn man denkt, bei uns sind es 80 Millionen, das sind also ein Viertel weniger. Das wäre so ungefähr, wie wenn bei uns so 600 versterben und das ist zwar eine hohe Zahl, ist zwar schade um diejenigen, die versterben, aber das sind wahrscheinlich die, die auch im Prinzip im Großen und Ganzen in jedem Jahr in den USA zu dieser Zeit versterben. Und dort kommt ja noch dazu, dass man doch noch ein wesentlich schlechteres Gesundheitssystem für diejenigen, die kein Geld haben, hat als hier. Und wenn ich dann natürlich mehr so eine richtige Grippe einfange und dann keine ordentliche ärztliche Hilfe bekomme, sondern nur so eine Grundversorgung, weil es halt kein ordentliches Kranken-, kein ordentliches Gesundheitssystem gibt, dann gibt es natürlich auch viele Tote. Das ist logisch, ne? Ja, dann haben wir Israel-Parlament stimmt im ersten Schritt für eine eigene Auflösung. Ich weiß nicht, es ist das vierte oder fünfte Mal, dass sie innerhalb von ein paar Monaten wählen. Ja, das ist die Demokratie, die man uns beschert hat, die wir ja auch mittlerweile hier haben. Die Demokratie, wo es nicht mehr um den Willen des Volkes geht, sondern um den Machterhalt von denen, die sich da Volksvertreter nennen. Nach Protesten in Hongkong, Demokratieaktivist, wo er zu Haftstrafe von 13,5 Monaten vorteilt. Da ist er aber gut weggekommen, der Junge, wenn man sich anschaut, was der für Unruhen in Hongkong generiert hat, was da alles passiert ist. Ich glaube, da wäre ein deutscher Rechtsextremist jetzt nicht 13,5 Monate, sondern 13,5 Jahre in den Knast gegangen. Wir kennen ja diese Urteile in Deutschland. USA-Ermittlungen zu möglichen Schmiergeldskandalen im Waisenhaus. Na, da gucken wir mal rein, was das sein soll. In den USA untersucht die Justiz kurz vor Ende der Amtsheit und Präsident Trump mögliche Bestechungsversuche im Zusammenhang mit Begnadigung. Ach ja, ach ja, ach ja, ja. Aber über Bidens Machenschaften in China, über Bidens Machenschaften, mit vor allen Dingen seines Sohnes, mit Kinderpornografie und so weiter, Kindesmissbrauch, da haben wir solche Schlagzeilen nicht gelesen. Auch wenn nur erst mal was untersucht wird und man versucht wieder irgendwo jemandem was anzeigen, wie man das mit diesen Russland-Geschichten war, drei Jahre lang, das steht sofort in Deutschland in den Nachrichten. Hilfen für den Libanon. Frankreichs Präsident Macron legen zur Geberkonferenz an. Ja, der Herr Macron möchte Libanon wieder zu einem französischen Schutzgebiet machen, so wie vor 1945. Wir kriegen unsere Kolonien zurück und machen das als Hilfe. Ja, dann haben wir Kabinett, Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus. Und da gucken wir mal rein. Gesetz zur Reform der Kinder- und Jugendhilfe gebilligt. Oh ja, da wollen wir mal schauen. Das Kabinett hat einem Maßnahmenplan gegen Rechtsextremismus zugestimmt. Wie Bundesjustizministerin Lambrecht mitteilte, sollen mit Hilfe des Katalogs rassistische Übergriffe konsequenter verfolgt werden. Nur wenn die uns abstechen, gibt es kaum Strafen. Wir dürfen nichts tun, wir dürfen nicht mal reagieren. Dann sind wir schon Rassisten, damit die Frau Lambrecht uns härter bestrafen kann. Aber wenn die uns hier abmeucheln, müssen wir das alles hinnehmen. Ja, wir stärken unsere wehrhafte Demokratie, erklärte Lambrecht. Ne, ihr stärkt nicht eure wehrhafte Demokratie, die es nämlich gar nicht mehr gibt. Wenn man sich mal genau rumschaut und ein bisschen Hörner hat und sieht, dass das hier mit Demokratie nichts mehr zu tun hat. Ihr wollt eure Truppen stärken, die die Deutschen im Schach halten sollen, damit ihr eure Macht behaltet. Das ist euer Rechtsextremismus. Ihr merkt, dass ihr durch eure Menschenfeindlich, eure vor allen Dingen deutschenfeindlich, aber auch insgesamt menschenverachtende Politik immer mehr Gegenwehr bekommt. Und da wir ja mittlerweile wissen, dass praktisch jeder Widerstand gegen euch am Ende Rechtsextremismus oder Antisemitismus ist oder Rassismus, dann gibt es natürlich da höhere Strafen. Und das zeigt schon, dass wir in keinem Rechtsstaat leben. Weil in einem Rechtsstaat sollte es egal sein, ob ein Weiser einen Schwarzen absticht oder einen Schwarzen Weisen. Das ist nämlich, alle sind vor dem Gesetz gleich. Ihr macht aber diesen Grundsatz des Rechts, zerstört ihr, weil halt wenn ich jetzt einen Schwarzen, ich sage es mal deutlich, auf die Fresse habe, weil er mich beleidigt hat, kriege ich eine höhere Strafe, weil das rassistisch ist, wenn ich vielleicht noch irgendwo was äußere, was euch nicht passt, in meiner Rage. Aber wenn der mich absticht, dann behauptet der nur, der hat mich vorher rassistisch beleidigt, dann kommt er unter Umständen sogar frei, weil es eine Notwehr war. Das ist eure Politik, das ist das, wie eine Frau Lambrecht und Co. Diesen Rechtsstaat, den es vielleicht mal gegeben hat, ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob man überhaupt jemals hat, Stück für Stück abbauen und die Deutschen im Prinzip zum Idioten im eigenen Lande machen. Weil der muss sich alles gefallen lassen, der darf nicht ein Wort sagen. Der wird bei der Einstellung einer Firma mittlerweile schon schlechter behandelt, als ein Migrant, der, wie sagt man immer schön, ausreichendes Deutsch spricht. Und wenn ich dann manchmal bei Hotlines anhöre, muss ich immer so, Mensch, verstehst du wiedergaben den Jungen, das Mädel? Ja, weil der kann ja immer sagen, wenn sie mich nicht nehmen, ist es Rassismus. Kann der Deutsche nicht, kann der Deutsche nicht. Der Deutsche fliegt raus und damit sich die Firmen keinen Ärger einhandeln, nehmen sie dann lieber den, der ausreichendes Deutsch spricht, als den, der richtiges Deutsch spricht und vielleicht genauso oder besser oder sogar besser ist als der andere. Weil sonst kriegt ihr ja Probleme mit der Frau Lambrecht wegen Rassismus. So läuft das immer mehr in diesem Land. Hier gibt es keinen Rechtsstaat mehr. Solange es Strafen gibt, die höher bewertet werden, bei gleicher Tat, nur weil der eine der Richtung angehört und der andere der, gibt es keinen Rechtsstaat. Rechtsstaat heißt, vor dem Gesetz sind alle gleich. Und dann macht es keinen Unterschied, ob ein Schwarzer einen Weißen absticht oder ein Weißer einen Schwarzen. Aber er macht es so, dass der Weiße immer mehr bekommt als der Schwarze. Das wissen wir ja mittlerweile. Ich habe es fünf Jahre verfolgt, ich kenne genügend Urteile in der Richtung. Muss mir keiner mehr was erzählen. Ziel sei es, ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen, mehr Prävention zu leisten, Betroffene von Diskriminierung stärker zu schützen. Oh, macht es aber den, die sich nicht impfen lassen wollen. Und für mehr Anerkennung einer pluralen Gesellschaft. Oh, wir sollen jetzt eingeimpft werden, dass ich die liebhaben muss, die mich abstechen wollen und mein Land umwandeln zu einer islamischen Republik. Das sollen wir akzeptieren. Das hat nichts mehr mit Rechtsstaat, das hat nichts mehr mit Gesetzen, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun und Freiheit. Das ist einfach Liebhaben auf Zwang. Wenn du mich nicht lieb hast, bist du ein Rechtsextremist. Das hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun, Leute. Ja, Gesetz zu Kindern, wollen wir mal gucken, weil es geht ja wieder um Kinder. Das Bundeskabinett hat eine Reform der Kinder- und Jugendhilfe auf den Weg gebracht. Das Gesetz von Familienministerin Kiffey, die Frau ist immer noch Familienministerin und hat betrogen und eine Ende jahrelange ist als Doktorin durch die Gegend gekauft, obwohl sie wusste, dass sie noch betrogen hat. Sieht unter anderem vor, dass Jugendliche, die in einer Betreuungseinrichtung untergewacht sind und sich in einem Nebenjob etwas hinzuverdienen, mindestens drei Viertel ihres Verdienstes behalten dürfen. Vorgesehen ist außerdem, dass Heime künftig jederzeit ungern gemeldet und ohne Anlass kontrolliert werden können. Auch sind Beschwerdestellen geplant. Wenn das die am richtigsten wurde, die einzigen Bestandteile sind, hört es sich gar nicht mal so schlecht an. Aber wie gesagt, eine Familienministerin, die so ein Vorbild darstellt, sollte man schnellstmöglich entsorgen, weil die ist kein Vorbild für die Jugend. Bundländergespräche, Ministerpräsidentenparaden mit Kanzlerin Merkel, ja da geht es wieder wahrscheinlich, können wir noch ein bisschen was verschärfen, können wir den Leuten noch ein bisschen mehr auf den Nerv gehen, können wir sie noch kränker machen. Ja, Bundeswehr, MRT ermittelt gegen mögliche Reichsbürger oder waren wieder welche, die haben wahrscheinlich gegen Covid-19 oder die gesamte Politik dieser Republik sich engagiert und dann sind das natürlich Reichsbürger. Aber ich kann euch schon sagen, eure Spielchen werden irgendwann enden. Und dann kommt es doppelt und dreifach zurück. Dann werdet ihr vor dem Richter stehen und all das bezahlen. Ganz normal, nicht böse, sondern mit Gesetzen. Die schaffen wir auch im Nachhinein, so wie damals die Alliierten Gesetze geschaffen haben, um die Leute von uns vor das Nürnberger Gericht zu bringen. Die gab es ja auch vorher nicht, die wurden dann kurzfristig entschieden. Wir machen jetzt einfach die Gesetze. Solche Gesetze werden wir machen, dass ihr belangt werden könnt, auch für Impfschäden, die ihr jetzt per Haftpflicht ausschließt. Ja, und dann haben wir jetzt die lustigen Zahlen noch. Heute haben wir 17.270 positiv Getestete, nicht Infizierte. Ich sage da jetzt gar nicht mehr viel dazu. Mittlerweile muss jeder Blöde wissen, dass die Zahlen noch aufgebauscht sind und angeblich 487 dadurch verstorben. Ich denke mal, wenn wir uns das letzte Jahr reinschauen und gucken uns die Sterbezahlen vom Anfang Dezember an, werden die Zahlen ähnlich sein. Bloß mit dem Unterschied, dass man heute jeden Verstorbenen, der einen kleinen Grippevirus in sich trägt, zum Covid-19-Toten macht. Minus und da haben wir 20.700 Genesene und damit sind wir heute wieder bei einem Minussaldo von 3.917. Und kumulativ schon getestet, wie die kaputten Millionen über Millionen seit dem 28. Januar 2020 sind nun positiv getestet, nicht infiziert, wie sie es immer drüberstehen, sind keine Infektionen. 1.084.743, habe ich alle Zahlen drinne. Ja, 1.084.743, davon ziehen wir ab, die angeblich durch oder mit Covid-19 verstorbenen. 17.123 sind wir immer noch bei Weitem noch 10 Monaten, nicht bei der Zahl, die wir 2017, 2018 hatten, bei der Grippewelle, die über 6 Monate zusammengezählt worden ist, also das Winter- und Herbsthalbjahr. Da waren es nämlich 25.100, sind wir also noch weit entfernt. Ja, und dann haben wir noch Minus 779.500 Genesene, die haben wir hier. Und da sind ein Saldo dann von 288.122 aktiv positiv getesteten, nicht wie bei ARD, da steht Covid-19-Infektion. Und da sind bei 83.166.771 Einwohner, ich glaube, ich habe die Zahl jetzt nicht reingeholt, in die Folge, genau das stimmt, könnt ihr nachrechnen, steht ja auf ARD, Videotext, Seite 812. Und da sind dann Prozente 0,346 und wir können es sogar wieder abrunden, buchhalterisch. Wir sind wieder bei 0,3 Prozent aktiv positiv getesteten derzeit, weswegen Merkel und viele mehr, ich habe es heute früh, wo ich zuvor einschlafen war, im Morgenmagazin schon wieder von so einer Virologin gehört, noch härtere Maßnahmen fordert. Es muss alles dicht gemacht werden, am besten gleich drei Wochen, alles dicht machen. Und dann schauen wir mal weiter und dann hat es wieder nichts gebracht, weil ja dieser Test alles zu Positiven macht, zu Kranken, die rumlaufen können. Von daher, ja gut. Und damit sind wir durch und kommen zur Geschichtsstunde mit dem aktuellen Thema. Sind wir durch und kommen zur Geschichtsstunde. Ja, gestern nochmal der Rückblick auf die 383. Und da hatten wir als erstes 1536 ringen um die Einheit. Da ging es um die Auseinandersetzung der verschiedenen Richtungen der Reformation. Und da hat man versucht, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden, auf den man sich einigen konnte. Ist nicht so ganz gelungen. 1537 Fontana berechnet Geschossbahnen. Also wie die Kugel fliegt, hat er etwas genauer berechnet. War aber nicht ganz richtig. Der Herr hieß Niccolo Fontana. 1538 Tizian malt sinnliche Venus. Das war die in Anführungszeichen Venus von Urbino, Anführungszeichen Ende. Und die malte er in Venedig. Wenn ich das richtig im Kopf habe. War er in Venedig? Ja, die Lagunenstadt hat er selten verlassen. 1538 frühzeitig schwimmen lernen stellte der Berner Humanist Nikolaus Wünnmann fest, als er erleben musste, wie er ein kleines Kind ertrank, weil es nicht richtig schwimmen konnte. 1538 Kampf gegen Osmanen im Jemen. 1539 Beschreibung des Skisports durch den Bischof von Uppsala, Olaus Magnus. Da konnte man ein bisschen mehr erfahren, wie das so alles entstanden ist und die Tradition im Norden in Skandinavien. 1539 Wasser fließt durch Bleigussrohre, also das, was es schon mal in der Antike gab, im Römischen Reich. Und dann durch die ganze Religionsgeschichte und Rückfall in Zeiten vor der urbändischen Zeiten, sage ich mal so, vom Denken her teilweise, was man da hat verrotten lassen, hat man da wieder entdeckt. Das war der Robert Broke, Sekretär bei König Heinrich VIII. 1540 Kobaltglas wird wieder entdeckt durch den Glasmacher Christoph Schürer im Böhmischen Neudeck, heute Neideck. Dann hatten wir 1540 Barbier und Chirurgen, die gründeten da eine gemeinsame Gilde. Und dort waren sie die einzigen, die am Menschen rumschnippeln durften, um medizinische Erkenntnisse zu sammeln, die sogenannte Anatomie zu erkunden. 1540 Kaliberstab für Treffsicherheit, den erfand Georg Hartmann in Nürnberg, damit die Kugeln noch genauer einschlugen. Dann hat man im März 1541 Naturgetreues Pflanzenbuch durch Konrad Gessner. Und als letztes noch 24. Schrägstrich 26. August 1542 Abenteuer Amazonas. Da erforscht der Francisco de Aurelana erstmals komplett bis zur Mündung durch vorkomplett den Amazonas. Und jetzt gibt es noch einen Schluck Milch. Und dann geht es weiter. Weiter geht's heute mit Als erstes 1542 Fernell ordnet das Medizinwissen. Der französische Arzt Jean Fernell veröffentlicht seine Schrift in Anführungszeichen Der natürliche Teil der Medizin, Anführungszeichen Ende. Er wird damit zum Neubegründer der Physiologie. Fernell geht von den Elementen warm, kalt, feucht und trocken aus Und beschreibt die in Anführungszeichen Temperamente, Anführungszeichen Ende, Als Mischungen dieser Elemente. Mit seinem Konzept erscheint die Physiologie Als ein abgeschlossenes und weitgehend widerspruchsfreies Gedankengebäude. Fernell gebraucht den Begriff Physiologie Bereits im modernen Sinn Und zwar als Lehre von den normalen Funktionen des Körpers. Jean Fernell spielt eine zentrale Rolle Bei der Entwicklung der schöpferischen Phase Des Galenismus in der Renaissance. In eigenständiger Weise fasst er das medizinische Wissen seiner Zeit zusammen, Bearbeitet es systematisch Und gießt es in eine leicht verständliche und überzeugende Form. Ein Bild von ihm oder so haben wir nicht. Und damit geht es gleich weiter. Da haben wir gleich drei Randbemerkungen aus dem Jahre 1543. Die erste 1543 Im vierten Italienkrieg gegen die Habsburger Gelingt Frankreich mit Hilfe der verbündeten Osmanen Die Einnahme der Stadt Nizza Also da haben sich die Franzosen mit den Muslims zusammengetan. Schau an! Dann hat man 1543 Angriffe islamischer Nachbarfürsten auf das christliche afrikanische Äthiopien werden mit portugiesischer Hilfe zurückgeschlagen. Da ging es los, da kam dann auch der Islam so richtig nach Äthiopien. 1543 Noch einmal König Ferdinand von Ungarn Er lässt ein Edikt aufgrund dessen Alle Buchdrucker und Buchhändler ertränkt werden sollen Die protestantische Werke drucken oder verbreiten Das ist ungefähr War dann sowas wie heute der Frau Lambrecht Die Ferdere Strafen für den angeblichen bösen Rechtsextremismus beschließen Genau dieselben Muster wie damals Damals waren es die bösen Leute der Reformation Die Protestanten Deren Bücher verbrannt wurden Heute löscht man die Texte von angeblichen Rechtsextremisten im World Wide Web Und erlässt härtere Strafen dagegen Weil Bücher schreiben in dem Fall ganz gefährlich war Und heute das angebliche Schreiben im Internet ganz gefährlich ist Stimmt's Frau Lambrecht? Sie sind genau so ein Typ wie Ferdinand Wie König Ferdinand von Ungarn Ja, was uns nicht passt Was unsere Macht gefährdet Das wird zum Rechtsextremismus erklärt Und weil da ja der Deutsche immer noch gut drauf anspringt Tun die das alle nach wie vor Oder nicht alle, aber eine große Zahl von Leuten Immer noch akzeptieren Aber die Zeit wird kommen Das verspreche ich Ihnen Da werden sie es nicht mehr akzeptieren Weil sie merken, dass sie mittlerweile fast jeden zum Rechtsextremisten machen Der irgendwas gegen ihre Politik sorgt Weiter geht's Mit 1543 Noch einmal Mit der fortschrittlichen Geisteshaltung seiner Zeit Rückt Wesal den Menschen in den Mittelpunkt Und plädiert für eine naturgetreue Darstellung des Wahrnehmbaren Indem er seine Sektionstechnik detailliert schildert Macht Wesal seine Beobachtungen in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß nachprüfbar Mit scharfen Worten deckt er mehr als 200 Fehler der alten Anatomie auf So bestreitet er zum Beispiel Dass der Gallengang im Magen endet Dass sich die Gelenkhöcker des Hinterhauptbeines Bei seitlichen Kopfbewegungen aus den Pfannen des ersten Halswirbels entfernen Dass es bei Menschen ein in Anführungszeichen Rete Mirabile Anführungszeichen Ende In Klammern Wundernetz von kleinen Arterien An der Basis des Gehirns Klammer zu Gibt Dass die Leber fünflappig und der Oterus gehörnt ist Und sieben Kammern aufweist Trotzdem folgt Wesal jedoch den Vorgaben Des Claudius Galenus In Klammern Galen Klammer zu Einem der bedeutendsten Ärzte der Antike Er stellt ihn niemals grundsätzlich in Frage Sondern beabsichtigt nur eine Korrektur So sind Wesals Beobachtungen weitgehend von jenen Erwartungen bestimmt Welche die galenische Physiologie weckt So kann Wesal zum Beispiel nicht die durchgängigen Poren zwischen den Herzkammern finden Von deren Existenz Galen überzeugt war Trotzdem bleibt er bei der Vorstellung Das Blut durch die Herzscheidewand direkt von der rechten in die linke Kammer hindurch schwitzt Tja Gott Gab es halt damals noch keine Röntgen und MRT und alles sowas Konnte man sich das alles nicht so in den Augen gucken Dann haben wir ein Bild von ihm Andreas Wesal Der flämische Mediziner in italienischen Diensten gilt als erster neuzeitlicher Anatom In Klammern Holzschnitt von Jan Stephan von Kalka 1542 Klammer zu Kalka geschrieben Jeweils zweimal mit C ganz vorne in der Mitte Da ist er Dieser Andreas Wesal Der so einige Fehler aufdeckte Aber trotzdem noch bestimmte Sachen Als richtig Annahme Obwohl es Ja Man kann schon sagen Unsinn war Aber das wäre dann sowas wie der Schiffmann oder so andere Ärzte in diesem Land im Moment Die bestimmte Sachen eines Herrn Drosten und anderer Berater der Bundesregierung und anderer Regierungen anzweifeln Es wäre jetzt dieser Andreas Wesal Wer ein Schwurbler Ein Verschwörungstheoretiker oder sonstiges Oder ganz und gar Rechtsextremist Damit eine Frau Lambrecht härter bestrafen kann Ja gut Dann wollen wir noch mal einen Schluck Milch nehmen Und weiter geht's Mit dem 10. Februar 1543 Ein Streiter wieder die Reformation Der katholische Theologe Johannes Eck Eick, einer der Hauptgegner des Reformators Martin Luther, stirbt 56-jährig Eck, seit 1510 Professor der Theologie in Ingolstadt, verteidigte in zahlreichen gegen die Lutheraner gerichteten Schriften die katholische Lehre Trat gleichwohl aber auch für eine Reform der Kirche ein 1537 übersetzte er in Anführungszeichen textgenauer als Luther, Klammer zu, die Bibel ins Alemannische Für den Augsburger Reichstag 1530 formulierte er 404 Artikel über die Irrtümer Luthers Aber da war das noch möglich, da ging es langsam los, dass man gegenseitig sich Thesen vorwerfen konnte und konnte streiten Heute wird einer von beiden vom System unterdrückt und vollkommen unterdrückt und alles gelöscht, was er hat und verfolgt Und am Ende ist er recht, der Extremist und kriegt hartnere Strafen Stimmungsfrei Landrecht Weiter geht's 14. April 1543 Erste Europäer an Kaliforniens Küste Bartolomé Ferrilo Ich wiederhole es nochmal Bartolomé Ferrilo Kehrt nach Puerto de Navidad In Klammern heutiges Mexiko Klammer zu zurück Nach dem Tode des portugiesischen Entdeckers Juan Rodríguez Cabrillo hatte der erste Steuermann die Leitung der Expedition übernommen Cabrillo und Ferrilo haben als erste Europäer die Küste Kaliforniens erforscht und auf ihrer mehr als neunmonatigen Reise zahlreiche Buchten entdeckt Sie gelangten bis auf die Höhe des heutigen San Francisco Cabrillo Ich wusste, wie sie aussah Also es kam das auch schon relativ nahe, was wir heute in Atlanten auf Weltkarten sehen können Ja, und da war Kalifornien also auch von den Spaniern, wenn ich die Namen lese, dürften Spanier gewesen sein, entdeckt worden Mai 1543 Ein neues Bild der Welt Kurz vor seinem Tode veröffentlicht der deutsche Astronom Nikolaus Kopernikus Sein Hauptwerk in Anführungszeichen Sechs Bücher über die Umläufe der Himmelskörper Anführungszeichen Ende In Klammern Klammer zu Kern seines Systems, mit dem er als Begründer eines neuen Weltbilds in die Geschichte eingeht sind die Thesen, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Universums steht und dass somit die Erde und alle Planeten um die Sonne kreisen Die Erkenntnisse des Kopernikus bedeuten eine Abkehr von den überkommenen Glaubensgrundsätzen über die Stellung der Erde und damit des Menschen im Kosmos Ziel des Astronomen war es, das Wesen des bekannten Universums genauer zu erklären Kopernikus hatte erkannt, dass die bereits in der Antike aufgestellten Lehren des Ptolemaeus und dessen Weltbild Unzulänglichkeiten aufweisen und die Bewegungen der Planeten auf dieser Basis langfristig nicht exakt vorhergesagt werden können Unter Rückgriff auf frühere Forschungen des Naturphilosophen Aristarchus von Samos setzt Kopernikus dem bislang gültigen ptolemäischen Weltbild, das die Erde als unbewegliche Mitte des Weltalls begreift um die sich die Planeten kreisförmig bewegen, eine neue astronomische Hypothese entgegen In seinem heliozentrischen Weltsystem geht er von einer Bewegung der Erde aus In 24 Stunden kreise sie einmal um die eigene Achse was die scheinbare Sonnenbewegung erklärt Innerhalb eines Jahres umrunde sie wie die anderen Planeten auch die Sonne Die Vorstellung, dass die Erde nicht still steht, kommt zur Zeit des Kopernikus einer Absurdität gleich Vielfach wird sie auch als Provokation ausgelegt, Rechtsextremist, Verschwörungstheoretiker Sie widerspricht sowohl der Wahrnehmung der Menschen wie auch den von Aristoteles und Ptolemäus hergeleiteten Beweisführungen Entsprechend erscheint die Erstausgabe des kopernikanischen Hauptwerks mit einer anonymen Einleitung in der die Theorie als rein mathematische Hypothese dargestellt wird Zudem widerspricht die in Anführungszeichen kopernikanische Wende, Anführungszeichen Ende der Auffassung der Kirche, dass sich nur auf der Erde, im Zentrum der Welt, die Heilsgeschichte ereignen könne So ist es kein Zufall, dass Kopernikus sein Hauptwerk erst zu spät veröffentlicht Papst Paul III. will es unverzüglich verbieten Frau Lambrecht, ne? Doch erst im Jahre 1616 gelangt das Werk auf den Index Da ist dann jemand dran gekommen wie Frau Lambrecht und Frau Maas Entschuldigung Ja, ja, so Es gab es zu allen Zeiten Das Problem ist nur, dass die Leute damals noch mehr Wissens dran hatten und dann mal genauer hingehört haben Und die Welt noch nicht so perfekt überwacht werden konnte, wie man das jetzt möchte Und ja teilweise schon macht mit Videoüberwachung, mit App und allen Krempeln Ja, ich hüte mich, ich bin zwar ein welt- und technologieoffener Mensch, aber da wo ich Gefahren sehe, die ich eindeutig sehen kann Da kriegt mich keiner dran Also ich brauche keine Wie heißt die Amma, diese komische Dame, die da immer spricht aus dem Lautsprecher Ich komme nicht drauf, ihr wisst mir nicht mal Alexa, Alexa, ich brauche keine Alexa, damit ich mich mit jemandem unterhalten kann Da unterhalte ich mich lieber mal mit mir selber beim Zähneputzen Als dass ich mich mit Alexa unterhalten will Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu Darstellung des heliozentrischen Weltbilds von Kopernikus mit der Sonne im Mittelpunkt Kopernikus geht noch von kreisförmigen Umlaufbahnen der Planeten aus Erst der Astronom Johannes Kepler weist im 17. Jahrhundert nach, dass die Umlaufbahnen elliptisch verlaufen In Klammern Illustration aus Andreas Celarius In Anführungszeichen Harmonia Macrocosmica Anführungszeichen Ende 1661 Ja, dieser Kopernikus wurde ein schwerverfolgter Schwerverfolgter Verschwörungstheoretiker Dem man sogar die Bude stürmen dürfte Um Beweismittel sicherzustellen Für seine Verschwörungstheorien Dem seine Zulassungen Allesamt entzogen wurden, nur weil er der Meinung der Mehrheit widerspricht Die aber nicht, wie wir aus der Weltgeschichte wissen, immer richtig liegen muss Und meistens nicht richtig lag Weil die meistens durch Propaganda beeinflusst wird von den Herrschenden Die alte Muster Bestand haben lassen wollen Damit sie ihre Macht behalten Und weiter geht's Mit zwei Randbemerkungen Und zwar aus dem Jahre 1544 jetzt schon 1544 Die Schlosskapelle Hertenfels Im sächsischen Torgau Ist die erste protestantische Kirche Deutschlands Sie wird von Martin Luther geweiht Also ihren Torgau Die Kirche, die die erste protestantische war In Deutschland Also das hat schon wirklich einen historischen Wert Dann haben wir 1544 Johann Ort Gibt seine in Anführungszeichen Liedersammlung Anführungszeichen Ende heraus Eine Ausgabe mehrstimmiger Lieder In Partiturform Und bevor es weiter geht Und ich noch ordentliche Partitur spielen kann Auf der Zunge Und noch einen Schluck Milch Und einen Schluck Kaffee Damit die Noten des Wortes Besser an meinem Mund entfleuchen Weiter geht's 18. Schrägstrich 19. September 1544 Kaiser Karl V. setzt Ansprüche durch Im Frieden von Crepy Werden die Auseinandersetzungen Zwischen Kaiser Karl V. Und dem französischen König Franz I. beigelegt Franz muss endgültig Karls Anspruch auf Italien Und die Niederlande anerkennen Mit dem Friedensschluss Verschafft sich der Kaiser Die Möglichkeit Kräfte zu bündeln Und diese gegen den schmalkaldischen Bund Zu richten Sowie der Bedrohung Durch die Osmanen zu begegnen Für Franz I. bleibt die Situation brisant Schon 1521 hatte er Der trotz hoher Bestechungssummen 1519 Nicht die Kaiserkrone erlangen konnte Den jahrzehntelangen Kampf Gegen die Habsburger begonnen Die mit Spanien, Italien und Deutschland Frankreich umklammerten Der Konflikt ging letztendlich Zu seinen Ungunsten aus Obwohl er die Türken zu Hilfe rief Und sich mit den deutschen Protestanten Verbündete Und weiter geht's Mit 1545 Spanien ordnet Kolonien neu Spanier gründen die Stadt Potosi Und beuten gewaltige Silbervorkommen aus Der Ort, der zum Vizekönigtum Peru In Klammern heute Bolivien Klammer zu Gehört Entwickelt sich zum wichtigsten Bergbauzentrum des Landes Und größten Industriekomplex der Welt Da will ich mal kurz den Bäumen machen Entschuldigung Luft muss raus Zumindest aus dem Bauch Kaiser Karl der Fünfte In Klammern als spanischer König Karl der Erste Klammer zu Er nennt Potosi zur Villa Real In Klammern königliche Stadt Klammer zu Des Spanischen Reichs Insbesondere das in den Silberbergwerken von Potosi Geförderte Edelmetall Trägt zur Finanzierung des verschwenderischen Spanischen Hofes bei Kann aber den Niedergang des Mutterlandes Langfristig nicht aufhalten Während seiner Blütezeit im 17. Jahrhundert Ist Potosi mit 150.000 Einwohnern Größer als Paris oder London Die aus Spanien eingewanderten Besitzer der Silberminen Im Cerro Rico Dem in Anführungszeichen Reichenberg Anführungszeichen Ende Häufen in kürzester Zeit Unermesslichen Reichtum an In ihren Prachtbauten werden Gelage gefeiert Während die Bergwerksarbeiter unter Tage Unter menschenunwürdigen Bedingungen Ihr Leben aufs Spiel setzen Ja das kann man ja von Leuten Die feiern auch in Berlin Orgiastische Fäden Während der Deutsche immer mehr verreckt Und verarmt Mit Eselskarawanen Wird das Edelmetall an die Küste transportiert Per Schiff geht die Fracht nach Spanien Ab Mitte des 16. Jahrhunderts Steigen mit der Entdeckung Großer Silbervorkommen Und der Einführung der Silbergewinnung Durch Quecksilberamalgamation Ich wiederum mal Quecksilberamalgamation In Amerika Die Lieferungen nach Europa stark an Ein Fünftel des Silbers geht direkt an die Spanische Staatskasse Die auf das geförderte Silber angewiesen ist Ferner tragen die Edelmetalle aus den Kolonien Zur Durchsetzung der Geldwirtschaft in Europa bei Die Bedeutung Potosis schwindet ab der Mitte des 17. Jahrhunderts Als der Silberabbau unwirtschaftlicher wird Mit der Gründung von Städten Und den in ihnen eingerichteten In Anführungszeichen Audienzas Anführungszeichen Ende Als Gerichts- und Verwaltungsorganen Tritt an die Stelle der unumschränkten Herrschaft Der Konquistadoren Zudem allmählich eine neue Ordnung Im Spanischen Kolonialreich Auch in anderen Teilen Des Spanischen Kolonialreichs Werden Städte gegründet Die dort eingerichteten Juristenkollegien Der Audienzas Sind die untersten Regierungsorgane Der neuen spanischen Gebiete Diese Gremien werden In Santo Domingo In Klammern 1511 Klammer zu Mexiko In Klammern 1527 Klammer zu Panama In Klammern 1538 Klammer zu Guatemala und Lima In Klammern beide 1543 Klammer zu Bogotá und Guadalajara In Klammern beide 1548 Klammer zu La Plata In Klammern heute Sucre 1559 Klammer zu Quito und Santiago de Chile In Klammern beide 1563 Klammer zu Eingerichtet Ihnen übergeordnet Sind die Vizekönige Von Neu Spanien In Klammern Mexiko Klammer zu Und Lima In Klammern Peru Klammer zu Die wiederum seit 1524 Dem Indienrat Untergeordnet sind Die sind Punkt Dieser untersteht Direkt dem spanischen König Aus Spanien nach Südamerika Importierte Holzmühle In Potosi Die von Indios Sklaven und Packtieren Angetrieben wurde Um Silber zu gewinnen Aus Und als zweites Bild Bergbau in Potosi Die gewaltigen Silbervorkommen Begründen nicht nur den Reichtum Der Konkistadoren selbst Sondern schaffen die Basis Für die industrielle Entwicklung Im übrigen Europa 1987 werden Stadt Und Minen zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt In Klammern Kupferstich Aus Petrus Bertius In Anführungszeichen De Tables Geographic Anführungszeichen Ende Französische Ausgabe Der lateinischen Originalausgabe In Anführungszeichen Tabularum Geographicarium Ja Tabularum Geographicarum Um 16, 18, 19 Ein bisschen durcheinander Kommen wir Das wieder Geographicarum Über die Zeile geschrieben war Jetzt sind wir schon wieder Ganz schön weit in der Zeit Ich gucke mal nach Wie die nächste Seite aussieht Ja das schaffen wir noch Zwei große Bilder drin Da haben wir 1545 Eine Randbemerkung Oder zwei Erste 1545 Der italienische Bildhauer und Maler Michel Angelo Stellt in Rom Das unvollendete Julius Grabmal auf Und dann noch einmal Randbemerkung 1545 In Italien Verbreiten Berufsschauspieler Die Stehgreif-Komödie Dann haben wir 1545 Ein großer Artikel Kaiser K. drängt auf Konzil Nach drei vergeblichen Anläufen Eröffnet Papst Paul III. in Trient Ein Konzil In Klammern Tridentinum Klammer zu Um vor dem Hintergrund der Reformation Strittige Religionsfragen zu klären Die Versammlung dauert mit Unterbrechungen 18 Jahre an Sie formuliert die Glaubensinhalte Der römisch-katholischen Kirche Und fordert eine Rückkehr der Protestanten Zu diesen Lehren Die reformierten Glaubensgemeinschaften Erkennen das Konzil jedoch Als Entscheidungsgremium nicht an Das brauche ich nochmal Entschuldigung Vor allem Kaiser K. V. Hatte auf die Einberufung Der Versammlung gedrängt Um eine theologische Handhabung Gegen die evangelischen Reichsfürsten Zu gewinnen Zur Eröffnung Erscheinen jedoch lediglich 31 Bischöfe Die Protestanten Bleiben dem Konzil Geschlossen fern Die Ergebnisse werden Im tridentinischen Glaubensbekenntnis Zusammengefasst Und da haben wir noch ein Bild dazu Sitzung der Kirchenversammlung In der Kathedrale von Trient In Klammern Gemälde eines schweizerischen Malers Nach einem zeitgelössischen Original 1769 20 Klammern zu Und da haben wir schon Die erste Seite fertig Weil es ein großes Bild drin hat Ja Die sind erst gar nicht gekommen Die waren Die wussten Sind nicht blöd Die wussten was vorher passiert ist Mit Leuten wie Hus Und so weiter Man lädt ein Zum Dialog Aber nur Und dann Diejenigen Die man da einlädt Niederzumachen Und am Ende Unter Umständen Zu verbrennen So wie das heute Die auch noch toll ist Wenn sie uns zum Dialog einladen Da erklärt man uns Wie alles richtig ist Was sie da tun Und wer da nicht dafür ist Das Rechtsextremist Und Radikaler Und sonstiges Weiter geht's 1546 Schmalkaldischer Krieg beginnt Kaiser Karl V. Der sich in einem Geheimbündnis Der Unterstützung Bayerns versichert Will die im Schmalkaldischen Bund Zusammengeschlossenen Deutschen Protestanten Militärisch besiegen Er erklärt die Reichsacht Gegen Landgraf Philipp von Hessen Und Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen Der Krieg beginnt zunächst vor Ingolstadt Die beiden Heere gehen sich allerdings Eher aus dem Weg Als dass sie die offene Feldschacht suchen Das ändert sich Als der eigentlich protestantische Moritz von Sachsen Auf kaiserlicher Seite in das Land Seines Verwandten Johann Friedrich einmarschiert Der Vetter kehrt sofort zurück Nach Sachsen Um den Angreifer Dem der Kaiser Die sächsische Kurwürde In Aussicht gestellt hat Zu vertreiben Der schmalkaldische Front Die schmalkaldische Front Ist jedoch geschwächt Der Kaiser wendet sich Im Donaufeldzug Zunächst gegen die isolierten Süddeutschen Städte des Bundes Ja Hat er wieder gekauft Um sogar gegen seinen eigenen Bruder War es der Bruder Vorzugehen So läuft das Und dann haben wir noch ein Bild Porträt von Johann Friedrich Kurfürst von Sachsen In Klammern Gemälde von Lukas Kranach Dem Älteren 1531 Und dann kommt noch einer relativ kurzer Hauptartikel und das sind wir durch Und da haben wir noch 1546 Arzneibuch aus Nürnberg Der Arzt und Botaniker Valerius Cordus Veröffentlicht auf Verlangen des Nürnberger Rates Die erste in Anführungszeichen Pharmakopoe Anführungszeichen Ende Ein Buch, das alle bekannten Arzneimittel eingehend beschreibt Cordus ist für diese Publikation prädestiniert Denn wie der Bayer Leonard Fuchs Der sich 1542 an einer ersten botanischen Terminologie Versuchte Beschäftigt sich jener intensiv nicht nur mit Einheimischen Sondern auch mit den vielen neuen Pflanzen Die durch größere Entdeckungsreisen aus Amerika und Asien nach Europa gelangen Ja, nachdem wir das erste oder dieses Arzneibuch aus Nürnberg hatten Sind wir fertig für heute Bild wird dazu nicht mehr dabei Ja, ich hoffe es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei Es konnte wieder die ein oder andere Wissenslücke geschlossen werden Oder all das Wissen wurde wieder aufgefrischt Und noch schöner wäre es, wenn ich eine Beanregung gegeben habe Zum selbstständigen Nachdenken über historische Personen und Ereignisse der Geschichte Abseits dessen, was uns darüber heute als Deutungen rübergebracht wird Von Dokumentaristen und Historikern der Neuzeit Die das natürlich immer noch der heutigen Ideologie und Sichtweise hin auslegen Leider, leider Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Video auch heute wieder gefallen hat Wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören Sowohl bei VK.com als auch bei YouTube und Facebook Und im Übrigen wollte ich nur sagen Wer alle Videos sehen will, muss jetzt zu VK.com Ich habe gesehen, YouTube hat ab da 192 rückwärts alles rausgenommen Also in der Übersicht, früher war alles drin Jetzt, ich weiß nicht, ob das vorher schon war, dass jetzt bloß so viele sind Aber wer wirklich alle Videos sehen will Sollte sich bei VK.com einfach mal einen Account machen Da sind sie alle drin Bis zur Nummer 1 Ja gut Und damit hoffe ich, dass wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören Und damit verbleibe ich wie immer mit Haltet die Ohren steif Bleibt kämpferisch und gesund Ciao, ciao, euer Egon